Ich zeige dir jetzt einen Weg, wie du addieren kannst, und zwar so wie ich das mache, wenn ich Kopfrechnen muss. Sagen wir mal, du möchtest 5 plus 68 rechnen. Du hast schon gelernt, wie man das macht. Der Rechenweg, den ich jetzt zeige, ist also nicht der einzige, aber er kann das Kopfrechnen erleichtern. Wenn ich mit der Zahl 68 anfange, dann denke ich, wenn ich bloß 2 hinzufügte, dann hätte ich schon 70. Ich zerlege dafür einfach die 5 in 3 und 2. Ja, mit der 2 ergänze ich die 68 auf 70 und dann sind noch 3 übrig zu addieren. Also, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Ich zerlege die 5 in 3 plus 2 und das mache ich nur, damit ich diese 2 hier zur 68 hinzurechnen kann. 5 ist 3 plus 2, dazu rechne ich dann noch die 68. 68. Okay, und noch einmal im Klartext. Diese 2 nehme ich hier weg, weil ich 2 zur 68 hinzufügen will, um genau auf 70 zu kommen. Jetzt schreibe ich das um, und zwar als 3 plus 2 plus 86. Ach, Entschuldigung, 68. Aber jetzt rechne ich zuerst die 2 plus die 68 aus. 2 plus 68 ist gleich 70. Okay, also hier 2 plus 68 zuerst ausrechnen ist 70. Dann habe ich noch die 3 übrig und 3 plus 70 ist gleich, easy busy, 73. Genau. Vielleicht kommt dir das jetzt sehr kompliziert und langwierig vor, aber mit ein wenig Übung kann es das Kopfrechnen erleichtern. Beim Kopfrechnen wird 5 und 68 zu 68 plus 2. Das ist gleich 70. Mal sehen, 5 ist 3 und 2, die 2 zu 68 und ich erhalte 70 und 3 sind dann noch übrig. Endergebnis ist also 73. Du könntest dir allerdings auch eine Zahlengerade vorstellen. Das male ich mal fix hier auf. Eine Zahlengerade für dich. Also hier noch ein paar Teilstriche hin. So, und dann sage ich mal, dass genau hier, genau hier soll die 68 sein. Und wenn hier die 68 ist, ist 2 höher die 70. So, kommt hier die 70. Jetzt möchtest du 5 addieren. Wenn du 5 addieren willst, dann geh doch erst einmal 2 weiter bis zu 70. Wenn du zuerst 2 addierst, erreichst du 70 plus 2. Das habe ich hier gemacht, um zu 70 zu gelangen. Aber wenn du 5 addieren magst, dann musst du jetzt noch 3 mehr hinzufügen. Also plus 3 weitere 1er. Dann bleibt dir noch 70 plus 3 und das ist schwuppdiwuppdi 73. Ich hoffe, dass auch dir diese Methode beim Kopfrechnen helfen kann.